Was geht ab Leute? Willkommen zu Dardrop. Das ist eine Demo von dem Spiel und ich fand die Screenshots und Videos ziemlich cool bei Steam und deswegen habe ich gedacht, wir gucken uns das mal zusammen an. Da steht irgendwas von Adventure. Ja und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, ohne jetzt groß drum herum zu schauen. Was haben wir denn hier? Oh, dedicated to my wife and daughter. Everyone has their own unique story to tell. But sadly, some of them are lost to the stars. Still out there waiting to be told. Tja, welche Geschichte denn? Welche Geschichte denn Leute? Da ist eine Raumstation. Team 5? Wie? Present? Ich weiß nicht, wie das, ob das eine 5 oder ein V ist. Oh, da sind wir Leute. Da sind wir. Ja, die Steuerung ist relativ simpel gehalten. W.A.S.D. Wir sind also in irgendeinem Zimmer hier. Sieht aus wie eine Weltraumstation. Gehen wir mal raus. Sieht schick aus. Sieht schick aus. Sieht auf jeden Fall schick aus. Die Äpfel kann man sich also angucken. Das ist ja ganz wundervoll. Oh, eine Dusche. Hier richtig große Dusche. Abgefahren. Wir haben kein Spiegelbild. Wir sind also ein Vampir. Was ist das? Success. Ah, das sind Speicherpunkte, ne? Das sieht zumindest so aus. Es geht nicht auf. Aaron. Wh. John. I'm here. What's on the agenda for today, my fair lady? Hmmm. Not sure. I was about to see what's available. Alright, take your time. I haven't talked to the station yet. Copy that. Aha. Das. Was? Das denn? Ich. Active Listings. Unavailable. Open. Inspect and salvage. Unknown Schiff. Schiff. Ha. Schiff. Aha. Okay, ein so ein unbekanntes Schiff, was irgendwie leer ist und verlassen. So, wir haben jetzt... John, komm in. There is not much to pick from. The only available mission is to inspect some unknown ship near the Cassiopeia-Constellation. Oh well, guess it's a slow day. You can head to the docks when you're done. I'm docked at gate 24. Roger that. I'll be on my way. Oh, schick sieht's hier aus. Also für so eine Raumstation. Das ist eh to open. Ja, das wusste ich vorhin auch schon. Wow. Das ist cool, oder? Das sieht ziemlich cool aus. Sind das hier Türen? Nö. Da hinten ist eine Tür. Und das hier ist aber auch eine Tür. Geht aber nicht auf. Das sieht auch cool aus von hier. Hä? Alter. So, das sieht aus wie ein Aufzug, ja. Also die Grafik ist toll, muss ich sagen. Die gefällt mir. Welcome to Stardox. Spaceport. Das ist ein Aufzug. Aha. So, wir sollen ja zum Dock 24 gehen. Wow. Das ist die Erde. Cool. Ist das hier die ISS oder was? Die Weltraumstation? Die ist aber nicht so groß. So, ich denke, das dürfte hier sein. Yeah. Hä? Hä? Oh. Ah, das ist unser Raumschiff. Cool, cool, cool. 184. Warp, Leute. Wir können warpen. Und jetzt? Aha. Selvage and Rescue Operation Stardrop. Ich bin gespannt. Na ja, die sehen jetzt nicht so geil aus, die Asteroiden. Macht aber nichts. Sollen wir das abbrechen? Weil da kommen jetzt eh nur die Entwickler. Ah, okay. Ist eh zu Ende. Oder? Bin mir nicht sicher. Ja, komm. Rechnen wir ab. Das bringt ja nichts. Das wollen wir jetzt nicht sehen, wer da alles mitgemacht hat. Das kann man ja auch, wenn einen das interessiert, auf der Webseite von dem Spiel gucken. Wo ist denn jetzt das verlassene Schiff? Ist es hier? Oder nicht? Aha. Na gut, dann gehen wir mal, ne? Nee. Geht nicht, ist kaputt. Hä? Oh, ist so weit weg. System? Door Control. Ja. Open. Das haben wir ja schon. Hä? Also wir können nur unseren Computer benutzen, um die Tür aufzumachen. Bekloppt. Groß ist es hier. Dann gehen wir mal weiter. Was? Aaron, bist du da? Ich bin hier. Was ist denn? Oh. Oh. Wundervoll, kann ich denn jetzt? Datapad? Where did I leave that thing? I think I saw it on the table in the galley. Thanks. I'll take a look. Yeah. Got my datapad with me. Heading down to the pressure suit locker now. Roger. By the way, you can now press Q to check your objectives. Uh, yeah. I know that. Uh, good. I'll open the elevator door for you and update you once you're there. Copy that. Ja, und? Wo ist denn die Elevator door? Das hier? Ah, ja. Elevator. Ab geht's. Oder runter geht's besser. John, I'm on deck 2. Heading to the pressure suit locker now. Copy that. Okay. Wo muss ich hin? Go head to the pressure suit locker. Located on deck 2. Ah, da. Suit locker. Ja. Hier? Ja. Alright. I'm at the locker. Und jetzt? Was hat er dran? Falsch? Aaron? I need you to run a system check and make sure the object scanner is calibrated properly. You can toggle the object scanner on and off by pressing the R key. Unless you customize your key bindings again. Great, it's working. The object scanner detects objects that are interfacing with the ship. John? Now, if you look to the door panel next to the locker, it should light up. Note that if you try to run while the scanner is activated, it will turn itself off. John? If you press F, however, you can toggle your regular flashlight on and off. Yeah. You can also zoom in and out by holding down the Z key. This can be useful if you need to identify objects at a distance. John? Why are you telling me things I already know? Ah? Anyway. Could you open the elevator door for me please? Roger that. So. Object scanner? No, where was that now? Ah. Okay. Also da können wir sehen, was alles wichtig ist, oder? Objekte halt jetzt hier. Cargo Bay. Safe? Safe? John, come in. I'm here. Okay. This should be a piece of cake. If you look around the room, you should be able to spot four conductor panels that are lined up in a row. One of them is not receiving any power. This is where you'll need to use your object scanner. Press R to activate it and you should be able to detect which panel is not receiving any power. Okay. I think I see it. Excellent. Okay, now listen up. There's a console located in the center of the four panels. You need to reroute the correct conductor panel to it in order to be able to restart the system and remove any built up heat. You need to press the button below the correct conductor panel. I'll go ahead and unlock the console for you now. Okay. So let me see here. Okay. So let me see here. You did it. Nice job. We're almost there. Now I feel I should warn you that there might be a slight build up of steam in the room. No. 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 I mean that a literal sense. But it shouldn't be anything to worry about. There's actually quite a lot of steam there. You can reset the entire ventilation system. John. This is not a little bit of steam build up. Don't. Sorry. Sorry. Come on. Turn on your object scanner and press T to switch to your vision scanner. Oh. Oh. Okay. Now, you should be able to make your way to the other end of the deck. You can reset the entire ventilation system from there and drain all the excess steam. Thank you. On my way. Oh. What is that? Where should I go at? Let's go see. To the engine room. Oh. Engine room, Leute. Ja, das ist richtig. Ich muss halt nur... Ich sehe wieder nichts. Ja, und nun? Entschuldigung. Ich gehe auf die Brücke. Hier wieder. Und müssen ganz langsam laufen. R-Lock? Äh... Ich weiß gar nicht mehr hier, ne? Jetzt müsste es aber... Jetzt müssen wir wieder da sein, glaube ich, ne? Bridge, ja. Da ist er! Da ist er! Wie nah sind wir? Circa zwei Minuten entfernt. Seit du hier bist, ich engagiere alle Sicherheitsprotokolle. Alle drüben in der Kockpader lockt. Und ich setze den Final-Approach-Vektor. Na dann? Du kannst den Final-Approach-Vektor auf deiner Station, Aaron. Ich setze ein Live-Feed. Danke. Ja. 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 Ich konnte direkt mit der schwarzen Boxen verabschieden und habe einen weiteren Scans auf dem Schiff verabschieden. Und? Die Blubbern mir zu viel. Gebt doch mal Gas hier. Oops. Ich muss das wo der Schiff ist. Aber das ist das, was mir gerade passiert. Das muss definitiv sein, dass es ein Privatle-owned-Ship ist. Ich habe keine Beobachtung für Coopel oder wie alt es ist. Ich bin der Herr, und wie es jetzt hierher ist. Hier. Warum hat niemand gepostet? Ich weiß nicht. Die Konklusion, ich glaube, ist, dass sie nicht gefunden haben wollten. Was würde eine Firma so weit wegnehmen, um eine ganze Crew wie so zu verdienen? Ich wünsche, ich wusste, Mann. Was auch immer, muss es ein helles Grund sein. Willst du noch weiter gehen? Oh, ja. So, können wir jetzt dann mal loslegen, oder wie, oder was? Oh, ja, das ist... Oh, das... Oh, genau. Oh, ja. Ja, können wir dann jetzt da mal reingehen, anstatt 300 Stunden darüber zu diskutieren? Das ist zu viel Gelaber. Ohne dass was passiert. Doktor Procedure engaged, hold on. Ohne dass ist. Ohne dass ist. Ohne dass ist. Ohne dass ist. Das ist halt alles sehr träge, sehr lang gezogen. Das passiert wenig. Entstanden, John. Ich gehe nach der Airlock. Copy that. Disengaging safety protocols. So, jetzt schnauze. Let's see what other stories she has to tell. Airlock soll ich jetzt wieder gehen. Und wieder runter. Und wieder runter. Ich gehe nach der Airlock. Copy that. The console on your right should be operational now. You can depressurize the Airlock. First of all, save it. First of all, save it. What for a console? I'm opening the first door. I'm opening the first door. Copy that. Dude. do your no sow so so that's noch ein anderes Schiff. Lustig. Jetzt, wo es interessant wird, ist die Demo zu Ende. Da hätte ich jetzt wenigstens noch 5 Minuten länger gemacht, um zu gucken, dass da noch irgendwas Aufregendes passiert, weil bis jetzt ist wirklich nichts Aufregendes passiert. Wir haben gefühlt 6 Konsolen auf E gedrückt und haben uns 300 gefühlte Stunden Geblubber angehört. Da würde mich natürlich interessieren, wie das da weitergeht. Keine Ahnung. Naja, mal schauen. Mal schauen, Leute. Wie findet ihr das? Also von der Grafik und Steuerung ist eigentlich ganz okay. Ja, nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Wenn ihr auf so Adventures steht im Weltraum, ist das natürlich. Es gibt nicht viele. Von daher ist das schon eigentlich ganz in Ordnung, Leute. Also, das war StarDrop, Leute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.